Ola, Leute! Wir machen wieder weiter mit Let's Play Together, Serious Samhadi, The First Encounter. So, jetzt hab ich nichts vergessen. Yay, du hast es endlich mal hingekriegt. Ja, selbst ich lerne noch dazu. Wir sind in der Kanalisation von Memphis. Du, und du willst da wirklich runtertauchen? Ich wollte ja eigentlich mal runterschwimmen, ja. Also eigentlich, du weißt schon, dass das eine Kanalisation ist. Das ist extrem eklig, da reinzugehen. Egal, ich bin Mann. Ich aber nicht, weil du es vergessen hast. So, jetzt gucken wir mal, was da unten ist. Hier ist nämlich bestimmt ein Secret. Ganz toll. Hier ist was. Herz! Herz! Yay! Ah, Fischis! Du, ich bin hier einfach ganz nach unten. Ja, und wo ganz nach unten? Ach, da. Hi. Da sind Fischis, also nicht zu weit schwimmen. Ich hab sie nicht gelockt. Uah! Da ist ein Herz. Hey. Ach, Fischis. Ich bin so gut. Wieso hast du eigentlich... Aber was ist, wenn man da weiterschwimmt? Alter! Du weißt schon, dass ich gerade nicht bei dir bin. Und dir nicht helfen kann. Ich steh hier nämlich wieder oben. Ich hör dich ballern. Hier irgendwie raus. Ich komme. Wo bist du? Hier trinkt vor allem gerade. Ja, was? Wo bist denn du? Ich bin draußen. Ach, du Scheiße. Ich hab dich gefunden. Hier ist ganz schön viel Blut. Ich komm hier nicht hoch. Hilf mir! Alter. Du hast ganz schön viel verloren. Ja, ich weiß. Ja, geh doch hier nicht einfach hin ohne mich! Ich hatte ja auch mal irgendwann 200 Lebenspunkte, nachdem ich das Herz eingesammelt hab. Ja, ich frag mich gerade, wo du dir hingetan hast. Aber dieser blöde schwarze Skorpion hat mich sowas von zerschossen. Die alte Mist-Sau. Ja, hättest du mal auf mich warten sollen. Ich hab doch gesagt, geh nicht weiter. Da sind ganz viele. Fischis und so. Naja, immerhin bin ich noch fast voll. Toll. Ja, was? Ich hab gesagt, du sollst... Ah! Frösche! Ah, der ist abgesoffen. Aber ich hab... Ich seh da unter Wasser einen Knopf. Dann drück den mal. Ich seh hier ne geheimtür. Soll ich mal den Knopf drücken? Was ist der denn? Ich bin gleich tot. Ich brauch erst ein paar Lebenspunkte. Hier oben sind noch orange, ne, lederne, oder die hast du vielleicht schon eingesammelt. Nächstes Mal gehst du vor. Ich hab gesagt, Achtung, da sind Fischis. Ich wollte ja gar nicht lang. Ja, das Problem war nicht die Fischis, sondern der rote Skorpion, der hier oben stand. Ich guck mal, Q to Analyze. Wahrscheinlich müssen wir den Knopf drücken, damit es aufgeht. Die Tür ist geschlossen. Ich glaube, ich habe tief im Wasser einen Mechanismus gesehen. Du musst ihn untertauchen und ihn in Bewegung setzen. Sei vorsichtig, ich habe auch einige Wesen dort schwimmen gesehen. War ja klar. Erstmal will ich jetzt so diese Armor dahin. Also man hat sich meine Maus-Sensitivität schon wieder umgestellt. Nein, das ist nicht geschafft. Wie viel ist das mir zu? Weiß nicht. So wird das besser. Willst du das mal machen mit dem Knopf? Wo denn? Eigentlich ja nicht so gerne. Wenn du mich beschützt... Dann wird der jeden Punkt als ich. Ja, aber wenn du mich beschützt, mache ich das. Wo ist der denn? Er schützt dich. Den siehst du da unten schon im Wasser. An der einen Säule. Gut, beschütz mich. Jetzt schnell wieder zurück. Ich sehe gerade eine Filmsequenz. Kann ich nicht. Ach so. Ich komme. Schnell, behil dich. Was denn? Das ist doch gar nichts. Ich wollte ja auch noch machen. Hat nicht geklappt. Komm mal hier hin. Was ist eigentlich hier? Ach, das wäre der Anfangsraum gewesen. Aber da haben wir ja voll cool was gefunden. Lass dich mal bitte hier hin. Warte doch mal. Ich will doch die Muni einsammeln. Wo denn? Hier, wo ich bin. Stell dich mal hier ungefähr an meine Position. Noch etwas weiter am Rand. Ja. Ha. Boah. Ich will auch. Ich verkack das. Oh, oder auch nicht. Hä? Ich glaube es nicht, verkackt. Yay. So, jetzt ist bestimmt oben der Tür auf. Ja, habe ich doch gerade in der Filmsequenz ge... Ach, sie hast du ja nicht gesehen. Der Gerät. Der Gerät. Schneidet Schweiß bei. Der Gerät wird nie müde. Es sei denn, Chuck Norrisink dein Schlaf geht. Genau. Einrüstung. Yay. Meins. Ah, Frösche. Ein Frosch. Hä? Was ist das jetzt? Was? Alter, ich wollte da auch rein. Ich will zuerst rein, aber ich komme nicht rein, nö. Tja, schon schade, wenn man nicht reinkommt, ne? Was hast du denn jetzt gemacht? Ich habe ein paar Frösche gepullt. Ich habe Agro gezogen, wie der Rollenspieler sagen würde. Komm mir bloß nicht damit. Kommt drauf an. Ah! Alter, wo musst du hin? Ich bin ein bisschen weiter. Was? Bitte lauf nicht immer vor mir weg. Das wäre der Tag. Ich höre Pferde! Das geht nur unten ab. Wieso? Ja, das ist doch gar nichts. Ich höre Pferde. Ich will keine Pferde bauen. Ich höre auch Selbstmordbomber. Ja, die höre ich schon die ganze Zeit. Oh. Ich höre keine Pferde mehr. Oh, hier unten ist alles voll mit Fröschen. Ja, die ist überall hier gerade voll mit Fröschen. Die waren Bomby. Ah! Okay, danke. Boah, ich habe schon wieder zwölf neue Nachrichten, weil ich muss mal eben gucken. Dem, dem, dem. Wegen unseren ganzen Waffen krampt das immer. Jedes Mal, wenn wir das neu starten. Das ist voll nervig. So, was hast du gerade eingesammelt, du? Ich will den auch haben. Oh, hier ist ein Geheimgang. Ui! Dann mal los! Alter. In echt würde ich sowas ja... Ach du Scheiße! Lassen. Huch! Das ist das Ultra-Geheimnis hier. Das ist sehr logisch. Das sieht hier noch irgendeine Wand anders aus? Dass man da vielleicht durch kann. Sieht nicht so aus, ne? Dass hier irgendeine Wand anders aussieht. Nö. Okay. Ich glaube, wir müssen auf dieses Ding da... Alter, wart doch mal auf mich! Was denn? Wir müssen wieder hoch. Ja, aber dann warte doch auf mich, please. Das ist ja ultra logisch hier, dass man hier das Wasser so hat. Also, ich will ja nicht sagen, aber irgendwie ist das ja cool. Ich lauf jetzt immer mal einfach so zufällig an Wände und drück. Ich lauf an Wände. Was ich noch zeigen wollte, wir haben jetzt zwei neue Waffen im letzten Video gekriegt. Die will ich wenigstens mal hier zeigen. Einmal die XL2 Laser Gun. Ach du Scheiße. H3 Grenade Launcher. Ja, hilf mir mal. Schleimi. Ich würde mal reloaden jedes Mal. 27 Schuss. Ich habe noch 91, ist auch nicht so viel besser. Aber besser als 27. Hä? Ich stell gerade auf dir, während du geschwimmt wirst. Geschwommen. Ich geschwimmt. Ich bin so... Ich bin so... Ich bin so... Ich bin so... Ha! Ich habe ihn vermessert. Leul. Da hinten liegt Tommy Muni. Echt? Ja, habe ich schon gesehen. So, aber das ist so cool. Oh, wie viel Munition verbrauchst du an einem? Oh, oh. Das war nicht an dem Frosch, aber okay. Das war an dem Gnare da hinten. Hui! Schieb mich hier nicht so rum, please. Was du denn? Ich habe auch nicht drauf geballert, aber da war er schon tot. Aber ich habe auch schon vorher drauf geballert, also habe ich einen Assist gekriegt. Ach so. Ach so, ein Assist gekriegt. Oh, ist gerade eine Tür zugegangen. Eigentlich ist sie ja aufgegangen. Oh! Oh, wie süß denn das ist die Schrufe? Sehr schön. Klappt doch, supi. Das Lustige ist, ich habe weniger Rüstung. Scheiße, ich glaube, wir haben die Rüstung verpasst. Da war gar nicht gerade eine Rüstung. Das habe ich auch gerade so gesagt, hä? Ich sage gerade erst, du hättest sie eingesammelt. Aber hier unten ist auch eine. Aber ich komme wieder raus. Ich mag Wasser nicht. Das ist eine andere, ich will die... Das stand aus dem Grad Press Q to Analyze, oder? Ich dachte, irgendwas... Ne, hä? Wieso denn Kuro? Bei mir ist das Monsterste 2. Ja, bei mir ist Nutzen, aber... Auf Kuro. Tja. Jetzt geh noch mal runter, du Scheiße. Ich glaube, da muss man einfach nur schnell genug sein, um dann da ranzukommen. Jetzt haben wir es verkackt. Tja. Schade. Ich sehe Fische. Genau deshalb bin ich hier nämlich wieder zurückgegangen. Damit du vorgehen kannst und hier alle weg machst. Da kann man nicht nach oben. Das ist sehr schade. Moni! Fick dich, die Scheißfische. Die sind ganz schön... AAH! Ekelhaft. Scheiße, ich ertrink. Ich muss mal schnell irgendwo nach oben. Ja, ich auch gerade. AAH! Gerade einfach wieder zurück. Also hier ist Luft. Ich bin wieder zurückgeschwommen. Wo bist du? Ich bin weitergeschwommen. Ja, komm mal hierher. Ich warte hier. Ich rühre mich nicht vom Fleck. Hier ist Luft. Muss einfach ganz nach oben. Direkt unter der Decke ist ein bisschen Luft. Ja, hier wo ich bin, nicht. Ja, dann... Da ist so ein Gang. Weiter. Da, ich seh dich. Hi! Ja, und ich hör Musik. Das heißt, hier kommen Fische. Als ich gekommen bin, waren die noch nicht da. Ja, hier kann man wenigstens noch anständig sehen, wenn man so über Wasser ist. Sehr gut. Ja, hab ich toll entdeckt, ne? Hm. Bin die Entdeckerin. Die halten ja irgendwie gar nichts aus, die Fischis. Ist doch gut. Ja, ist es auch. Da leuchtet was. Ah, das ist ein Armor. Wieso ist hier alles so tot Wasser? Also Kanalisation. Aber wieso ist das Wasser so klar? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Weil hier niemand die Kanalisation benutzt, weil hier niemand reinkackt. Blubberblasen! Ach, wie cool. Wenn du das Wasser rauskriegst, kannst du Blubberblasen. Toll. Ja, finde ich auch. Ach, ich will gar nicht weiter. Ich mag diese Wasserpassagen nicht. Die sind doch jetzt durch. Ich weiß. Yay, wir haben es geschafft! Ja! Und wir haben 121 von 121 Gegnern gekillt. Sehr schön. Yeah. Aber dafür haben wir nur drei von fünf Secrets. Ja, das ist ja nichts Neues mehr. Stimmt. Wo kommen wir jetzt? City of Memphis. Memphis Hauptstadt. Wir haben das Stadtgebiet von Memphis betreten. Angesichts der Ruin, die in unserer Zeit gefunden wurden, war dies ein wunderschöner Ort mit Gärten und Wohnhäusern. Nur Reichen und Privilegierten wurde die Ehre, zuteil hier leben zu dürfen. Während des Aufstandes gegen Theben haben die Anführer von Memphis unter anderem Artefakten auch einen Gegenstand gestohlen, den sie für sehr kostbar hielten. Der Artefakt... Oh, das Artefakt wurde im zentralen Gebäude dieses Stadtteils, dem Tempel von Ptah, untergebracht. Der Tempel ist ein hohes Gebäude, dadurch wollten die Ägypter dem Himmel und den Göttern näher sein. Schwachsinn. Der genaue Zweck dieses Artefakts... Oh mein Gott, das stand da jetzt nicht im Text übrigens. Aber es muss sehr mächtig sein. Nachdem das heilige Artefakt untergebracht war, wurde das angrenzende Gelände darauf angelegt, den Tempel vor Eindringen zu schützen. Er warte bloß, sich das vielleicht hineingedenkst. Mach dich jetzt auf den Weg zum Tempel von Ptah. Ptah. Da steht Ptah. In dem Level gibt es jetzt nur ein einziges Secret, aber 816 Gegner. So viel hat man bisher noch nie. 816 Gegner gibt es hier und es geht direkt los. Ja, das sind wir auch schon gewohnt. Aua. Vor allem, ich komme in die Map und da bist du schon am Ballern. Hey, hier liegen ja schon überall Gegner. Hast du die alle gekillt hier? Ja. Alter, ich war gerade noch im Menü. Das war alles ich? Tja. Hab dir gerade deinen... Hab ich den jetzt hier bekommen. Hab ich den Arsch gerettet. Achso, wie heilig Firecracker. Okay, ja, aber wenn ich mal auf meine Zeit gucke, sehe ich, dass die Gegner spawnen. Das hast du nicht gesehen, aber ich... Ich wollte eigentlich mal auf meine Zeit gucken. Dann guck mal auf deine Zeit, du. Denn wir haben nur noch 15 Sekunden, also die 15 Minuten um. Okay, dann können wir auch eben vorher Schluss machen. Also ist doch jetzt perfekt eigentlich, um hier den Kratz zu machen. Genau jetzt hier, wo das Level zu Ende ist. Eigentlich hat es gerade angefangen, aber okay. Äh, ja, meine ich ja. Genau jetzt, wo das Level anfängt, wenn wir einen Savepoint haben, dann... Ja, dann machen wir jetzt hier Schluss. Und wir sehen uns dann einfach morgen im nächsten Part wieder. Juhu, bis denn, Leute. Tschüss.